Ich will mit Word Schnellbausteine nutzen. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich habe folgende Situation. Ich habe hier einen Brief und ich muss diese Grossformel hier immer wieder neu machen. In Zukunft mache ich das viel schneller. Ich habe diese Grossformel bereits markiert. Ich wechsle hier oben zu Einfügen, gehe zu Schnellbausteine und wähle hier Auswahl, also das, was ich eben ausgewählt habe, in Schnellbausteinkatalog speichern. Ich gebe dem noch einen Namen, zum Beispiel Grossformel. Und in Zukunft, wenn ich diese Grossformel einfügen muss, ich lösche die mal kurz hier, dann hole ich hier unter Schnellbausteinen, diese Grossformel, da steht sie bereits. Klick darauf und wusch, die ganze Formel ist da. Schneller geht es nicht. Ich zeige eine Variante. Ich habe hier eine ähnliche Situation. Ein Tabellenstück, wiederum mit einem Bild hier, mit dieser Unterschrift, und das brauche ich immer wieder. Ich markiere dieses Tabellenstück hier beim Auswahlwerkzeug und füge nun diese Tabelle wiederum zu den Schnellbausteinen hinzu. Also, einfügen, hier hinten, Schnellbausteine, die Auswahl im Katalog speichern, und ich gebe hier noch eine bessere Bezeichnung, Honorarvereinbarung, und speichern. Wann immer ich nun das brauche, irgendwo, in einem Brief, in irgendeinem Word-Dokument, es steht mir hier oben zur Verfügung. Hier. Und es heisst Honorarvereinbarung. Es ginge auch nur ein Ausschnitt. Zum Beispiel, das hier ist wiederum eine ganze Tabelle, aber ich will nicht die ganze Tabelle, sondern nur diese Kursbezeichnung bis Kurskürzel. Ich markiere Schnellbausteine, Auswahl in Schnellbausteinkatalog, und Kursbezeichnung, okay, und ich habe sie in Zukunft hier zur Verfügung. Ich zeige noch eine Variante. Ich habe hier eine Paragrafensammlung aus dem Erziehungsgesetz, und ich brauche immer mal wieder einzelne Paragrafen, will die aber nicht jedes Mal abtippen. Achtung, diese Datei hier, die verwendet eigene Formatvorlagen. Man sieht das hier oben, und wenn ich die nun zu Schnellbausteinen mache, dann macht das unter Umständen Probleme, weil dann diese Paragrafen nicht mehr so aussehen wie hier. Ich habe also all diese Paragrafen hier markiert, und in einer neuen Datei wieder eingefügt, und zwar in einer neuen Datei von meinem PC, also Ctrl-N für neue Datei, und ich bestimme hier bei Einfügen, ich will hier nur den Text übernehmen, also keine Formate. Jawohl, und nun formatiere ich das in meiner Datei neu, und ich verwende diesmal auch meine Formatvorlagen nicht. Das heisst, ich überschreibe diese Formate. Das hier, das soll fett werden, ein bisschen grösser. Ich übertrage dieses Format sofort auf die anderen Paragrafen, mit Doppelklick auf den Pinsel, das ist der Paragraf 13, Paragraf 14. Dann die Nummerierung im Paragrafen, die will ich ein bisschen nach rechts stellen, so, und der Text soll hängen, etwa so, und dieser Text soll noch kursiv sein, und ein bisschen kleiner, etwa so. Auch das nehme ich in den Formatpinsel, Doppelklick, das hier unten sieht genau gleich aus, das hier auch. Und jetzt bin ich bereit, aus diesen Paragrafen Schnellbausteine zu machen. Das ist ein bisschen Fleissarbeit, aber lohnt sich natürlich. Ich markiere den Paragrafen 12, einfügen, Schnellbaustein, Auswahl zu einem Schnellbaustein machen, und ich gebe nun diesem Schnellbaustein hier oben einen speziell einfachen Namen, und zwar Paragraf 12, ohne Leerschlag, das brauchen wir nachher. Ich markiere den nächsten. Nun ist meine Sammlung beendet. Ich habe diese drei Paragrafen hier oben zu den Schnellbausteinen gesetzt. Das ist Paragraf 12, 13 und 14. Und jetzt gibt es einen Trick, diese Paragrafen wieder abzurufen. Ich hole mir mal eine Datei. Ich habe hier eine Datei, möchte hier in dieser Datei genau an dieser Stelle nun einen Schnellbaustein einfügen. Klar, ich könnte hier oben jetzt auf Schnellbausteine gehen und auf diesen Schnellbaustein klicken, dann käme er sofort. Und das geht nun viel schneller. Ich tippe auf der Tastatur das Paragrafenzeichen und die 13 und jetzt noch dazu die Funktionstaste F3. Und wusch, da ist der Paragraf. Das heisst, wenn ich an anderer Stelle nun einen anderen Paragrafen einfügen möchte, dann schreibe ich hier wiederum das Paragrafenzeichen und jetzt möchte ich den Paragraf 14, Funktionstaste F3 und da ist der Paragraf 14. Das war auch der Grund, warum ich vorhin bei den Schnellbausteinen hier die Überschrift so kurz hielt. Hier steht nämlich nur Paragraf 12, Paragraf 13. Wenn dieser Name viel länger wäre, dann müsste ich hier beim Abrufen natürlich den ganzen Namen abrufen. Irgendwie Paragraf Schul, Aus, Tritt und das will ich ja nicht. Und jetzt F3, ich will das ja möglichst kurz halten, damit dieser Paragraf möglichst schnell in mein neues Dokument eingefügt wird. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020